Hallo ins Team Herzensduft. Heute habe ich vorbereitet, was uns Böhle technisch und bestellungstechnisch im Oktober erfreuen kann. Denn der Oktober, der hat es ja in sich. Wie du vielleicht weisst, informiere ich mich gerne über die Sterne bei Silke Schäfer. Das empfehle ich dir auch sehr, sehr, wenn es dich interessiert und wenn du dich ein bisschen gefasst machen möchtest, auf all die Energien, die im Moment kursieren. Du findest Informationen von Silke Schäfer auf YouTube oder auch auf ihrer Homepage. Da gibt es auch verschiedene Meditationen und die helfen mir sehr, sehr für diese Zeit. Und vielleicht ist es auch für dich hier hinaus, mit den Ölen zu sein. Nun kommen wir zu den Ölen im Oktober. Was erwartet uns da? Ich habe was vorbereitet für dich. Das wird nun anschauen können. Es läuft jetzt ja noch der Herbstkatalog bis zum 31. Oktober. Und da wird neu im Laufe des Oktobers ein wunderbares Trio bestellbar sein, das Northern Lights Juwel Trio. Das wird uns helfen, in der Ruhe zu bleiben und uns zu verbinden, den Boden unter den Füßen zu spüren und durch diese intensive Zeit zu kommen. Da drin ist das Northern Light Black Spruce, also die Schwarzfichte. Das Highest Potential, eine ganz schöne Mischung und gratis dazu gibt es das Inspiration. Die Schwarzfichte, die erdet uns und gibt uns Boden. Das Highest Potential, das ist eine Mischung und wie jede Mischung Programm ist bei Young Living, verrät schon der Name, um was es geht. Also erwecke dein Potenzial und deine Kraft. Und das Öl Inspiration hilft dabei, Inspirationen zu empfangen und neue Ideen für Lösungen zu finden. Anwenden kannst du diese wunderbaren Öle natürlich mit dem Diffuser. Du kannst sie als Parfum nutzen, als Körperpflege gemischt im V6, zum Beispiel einige Tropfen am Morgen in die Hand, ein bisschen V6 oder ein anderes Trägeröl dazu oder du kannst dir auch ein Bad machen und dieses genießen. Dann die PV-Aktionen, die uns jetzt im Oktober erwarten. Du weißt bestimmt, PV steht für persönliches Volumen. Das ist je nach Bestellung, die du aufgibst, bekommst du noch kostenlose Öle und Geschenke mit dazu. Im Oktober ist das für alle, die den Essential Reward, also die Monatsbestellung haben, die bekommen mit 120 Bestellvolumen gratis den Sweet Aroma Diffuser mit dazu. Und Diffuser, die können wir ja immer gebrauchen. In jedem Raum darf einer stehen, damit wir da eine gute Atmosphäre haben. Dann für alle mit Essential Reward oder auch mit Einzelbestellungen gibt es mit einem Bestellvolumen von 190 PV das Glow, also die Gewürznelke und die Mischung Energy mit dazu. Dann mit 250 PV gibt es die Mischung Gathering dazu. Mit 350 PV gibt es die Pinie mit dazu. Mit 400 PV bekommst du den Versand kostenlos. Und mit 450 PV bekommst du das Öl, die Mischung Live Your Passion. So, das ist nun der Überblick. Jetzt, was bedeutet das denn zu den einzelnen Ölen? Wie gesagt, den Aroma Diffuser als Geschenk mit dazu. 190 PV das Glow. Das ist das Öl aus der Dampfdestillation der Blüten und Knospen von der Gewürznelke. Und wer kennt nicht das alte Hautmittel? Bei Zahnschmerzen eine Gewürznelke zerbeißen. Hilft total. Und genau so wirkt die Gewürznelke auch. Sie ist betäubend bei Schmerzen. Und aromatisch fördert sie unseren Schlaf und erzeugt das Gefühl von Schutz und gibt auch Mut. Und vertreibt unliebsame Mitbewohner, also so Parasiten, die sich einmisten können. Das Energy Öl, das belebt. Das belebt total. Es erhöht die Lebensfreude, die Durchblutung und die Wachsamkeit im Körper. Und ich liebe es total, ein bis zwei, manchmal auch drei Tropfen direkt in die Hand zu nehmen, mit dem V6 zusammen eine Mischung zu machen in der Hand. Und damit umhülle ich mich dann von Kopf bis Fuß am Morgen. Auch wenn du einen Tropfen auf die Fußsohlen gibst oder direkt auf die Nieren. Die Nieren, die befinden sich etwa auf der Höhe des BHs neben der Wirbelsäule. Und so aktivierst du auch deine Lebenskraft. Einfach noch als Hinweis, das Energy wirkt auch entwässernd. Also bitte trinke ausreichend, wenn du damit arbeitest. Energy besteht aus Rosmarin, aus Wacholder, Lemongrass, aus Muskatnuss, der Balsamtanne, der Gewürznelke und dem schwarzen Pfeffer. Also du siehst, da ist Power pur drin. 250 PV gibt es dann das Gatering. Gatering bedeutet übersetzt Sammlung. Also diese Mischung kann uns helfen, eine Ordnung in chaotischen Umständen zu finden und einen klaren Kopf zu bewahren. Die Mischung besteht aus Lavendel, Geranie, Galvanum, Weihrauch, Sandelholz, Iliang Iliang, Schwarzfichte, Zimtrinde und Rose. Die Zimie gibt es dann mit 350 PV. Das ist die Dampfdestillation aus den Nadeln von der Waldkiefer. Und die Aromawirkung, die hilft uns Ängste zu überwinden und uns zu kräftigen. Zu kräftigen auf körperlicher, geistiger und auch seelischer Ebene. Sie erdet und sie verbindet. Mit 400 PV hast du den Versand kostenlos. Also diese gut 17 Euro werden dir geschenkt. Und mit 450 PV gibt es die Mischung live your passion. Also lebe deine Leidenschaft. Das ist auch das Young Living Motto vom Monat Oktober. Und diese Mischung, die belebt, die belebt und macht Lust aufs Leben, steigert deine innere Energie und deinen Antrieb und die bringt dich einfach voran mit deinen Wünschen, mit deinen Zielen. Und die Mischung besteht aus Muscatella, Salbei, Uswinger, Jasmin, Patchouli, Zedernholz, Immortel, Angelika, Melisse und Neroli. Also was für eine wunderbare Mischung. So meine Lieben, das war nun ein kurzer Überblick über die Aktionen im Monat Oktober heute fürs Tier. Ich wünsche dir einen wunderbaren Duft im Tag und gib Acht auf dich. Ich wünsche dir einen wunderbaren Duft im Tag und gib Acht auf dich. Willen.